Ja moin moin, herzlich willkommen. Hier ist natürlich euer Rumpel mit einem kleinen Mini-Tutorial heute zu Dorn of D4. Wie ihr seht, hier überall fruchtbares Zeug, ja, Büsche, Flax und so weiter, Blaubeeren, oder eher gesagt, dunkle Beeren, Kupfer, Bäume, Steine, alles was das Herz begehrt. Hier auf der zweiten größeren Insel, wo wir jetzt angelangt sind und wenn wir schon mal da sind, wie gesagt, erklären wir euch mal ganz schnell die Ressourcen, die ihr finden könnt. Hier oben im Dark Forest findet ihr zum Beispiel Tin, dann dunkles Hartholz und natürlich Dark Resin. Ja, wenn wir hier an der Küste entlang gehen, finden wir, sagen wir mal, wie wir nennen die Dinger, das sind so baumartige Büsche, Granatäpfel, aus denen bekommen wir auch Hartholz. Die Äpfel hier müssen wir sammeln, um die oben in eine Schale zu legen, ich sag nur Schale zu legen, ich möchte nicht großartig spoilern. Wenn wir auf der Suche nach Muscheln sind, wird diese Inselgruppe hier sehr interessant, baut euch hier einfach mal einen Weg rüber oder wenn ihr genug da schweben könnt, Stammenjagd, dann könnt ihr auch da rüber fliegen und lauft einfach mal den ganzen Weg ab. Achtet auf diese kleinen schönen Kopfstatuen, die sind auch sehr wichtig, ja und dann gehen wir auch gleich weiter. So, ich glaube ich habe es gerade vergessen, Tin findet ihr auch im Dark Forest, Tin ist sehr wichtig zum Abbauen, dann wollt ihr wahrscheinlich noch besseres Material haben wie Gold, da kommt hier dieses große Tor für euch in Frage, fliegt mal ziemlich hoch, passt aber oben auf und dann werdet ihr fündig, genau an der Grenze oben, schaut einfach mal ein bisschen genauer hin und ihr werdet dort Gold finden, vor allem an den Toren. Ja, Schilf wird auch benötigt teilweise und Schilf findet ihr, wenn ihr hier den Kanal oder dem Flusslauf folgt, da findet ihr an den Seiten Schilf. Ja, wie geht es weiter, unten in der Wüste angekommen, bekommt ihr ganz einfach Silber, ja und wie war es nochmal, Silber und Clay, genau, Moor. Genau, Moor findet ihr aber auch hier vorne am kleinen See, ja oder auch hier in der Wüste. Lasst euch überraschen, passt aber auf, die Wüste ist sehr gefährlich und tückisch. Ja, die anderen Sachen, ja, wie ihr sie kennt, findet ihr in den ganzen anderen Bereichen hier, wie Flak zum Beispiel, die Blaubeeren, nenne ich das mal, die Roten Beeren, die Sachen zum Beispiel wie Kotten findet ihr hier teilweise zwischen den Bergen, aber auch woanders auf den Inseln. Ja, das war es auch schon, wir haben fast alles erklärt, ich sag mal, das sollte erstmal reichen, da habt ihr reichlich zu tun. Und ja, wie gesagt, passt auf, manche Sachen oder Ecken sind hier sehr tückisch. Achtet überall mal auf die kleinen Köpfe, auf die kleinen Altare, die ihr bestücken könnt. Und ja, sonst fällt mir gerade jetzt nichts ein, aber ich glaube, das sollte auch selber für das Erste schon mal reichen. Gut, ich bedanke mich für das Video, solltet ihr Lust und Laune haben, Fragen oder mitspielen wollen, wir suchen noch ein paar Mitspieler für das Spiel und würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischauen würdet, aber auch andere Fragen zum Spiel oder im Bereich Server, ihr kennt uns ja, Gameserver Install, ja, oder für unsere Multigaming-Geschichte, von Arc bis Entschrouded, Bauserver, ist alles dabei. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Ich bedanke mich, dass ihr das kleine Mini-Video geschaut habt, ich hoffe, ich konnte euch kurz helfen, und ich hoffe, ich hoffe, ich konnte euch kurz helfen, kleine Tipps geben, liebgruß, euer Rumpel, ciao, ciao, bye, bye.